Hey und herzlich willkommen bei youth.tv. Am 4. Oktober fand im Kino Papenburg die Premiere des Films Human Rights – 75 Jahre Menschenrechte statt. Die Idee zu dem Film stammt vom Verein der So-Optimisten Lehr Papenburg. Umgesetzt wurde dieser von Alvin Terhalle und Soran Garic. Mit der Unterstützung vieler Vereine, Hilfsorganisationen, Theater-, Tanz- und Menschenrechtsgruppen, Kirchengemeinden, Schulklassen sowie dem Altersheim St. Nikolaus in Rede konnte dieser Film entstehen. Wir waren dabei, um mit der Präsidentin der So-Optimisten Papenburg-Lehr Elke Tergers Beteiligten den Filmemachern und den Zuschauern zu reden, um herauszufinden, was ihnen am besten gefallen hat und warum ihnen das Thema der Menschenrechte so wichtig ist. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Beitrag. Film ab! Das Frauen-Netzwerk So-Optimisten Lehr Papenburg zeigte sein großes Filmprojekt Human Rights anlässlich zum 75. Bestehen der Menschenrechte in einer großen Filmpremiere im Kino Papenburg. Über ein Jahr arbeitete der Service-Club an dem Werk, an dem sich über 300 Menschen aus der Region beteiligten. Auf den Dreh haben wir uns vorbereitet, indem wir uns ganz lange Gedanken gemacht haben, was unser Beitrag Geschwisterlichkeit sein kann. Dann haben wir Brainstorming gemacht, wie unser Beitrag aussehen kann und dann haben wir uns letztendlich getroffen im Garten von einer Club-Schwester und ja, so nahm das alles sein Lauf. In dem Film werden elf Menschenrechte von unterschiedlichen Institutionen, Gruppen und Einzelpersonen gestaltet. Elke Tergast, die Präsidentin der So-Optimisten, war von einem Beitrag des Films besonders gerührt. Ganz besonders gefallen hat mir Katrin, das ist eine junge Frau aus der Gruppe Down-Syndrom, Elterngruppe Down-Syndrom und die hat nämlich gesagt, wir wollen euch zeigen, wie wir leben und wie wir arbeiten und das fand ich so schön. Einfach so, wir wollen ein Teil davon sein und wir wollen euch zeigen, dass die Welt bunt ist und das ist so für mich die Aussage, eigentlich die alles zusammenfasst. Die Welt ist bunt und wir müssen es nur sehen. Jede der beteiligten Gruppen haben sich eigene Gedanken zu einem bestimmten Menschenrecht gemacht. Die ehemaligen News-TV-Redakteure Alvin Terhalle und Soran Garic waren für die technische Umsetzung des Films verantwortlich. Wir haben jetzt den redaktionellen Part den Gruppen überlassen, bedeutet, dass wir dann einfach die Technik gestellt haben und unser Know-how, wie wir diese Technik bedienen können und genau, dann haben wir viele dieser Beiträge dann gedreht und geschnitten und die Beiträge, die dann noch dazugekommen sind, die haben wir dann mit in den Film gepackt, die Übergänge zusammengeschnitten und so ist dann der ganze Film entstanden. Der 75-minütige Film Human Rights, 75 Jahre Menschenrechte, berührte das Papenburger Publikum und erntete am Ende großen Applaus. Warum sind Sie heute ins Kino gekommen? Als Mitglied von Amnesty, von der Gruppe Aurich, bin ich immer interessiert am Thema Menschenrechte und war gespannt, wie die Gruppe das in den Filmen verarbeiten kann. Was macht diesen Film besonders? Was ihn so besonders macht, ist, dass er mit so vielen sehr unterschiedlichen Menschen auch zusammenarbeitet. Man hat einen super spannenden Einblick in die Arbeit von Menschen, das ist total künstlerisch auch dargestellt, also auch total spannend aufbereitet. Nach der Premiere gab es gleich mehrere ausverkaufte Vorführungen in den Sälen der Muckli-Kinos Papenburg und auch in Lea fand der Film große Beachtung beim Publikum. Das war unser Beitrag über die Filmpreniere von Human Rights, 75 Jahre Menschrechte von Alvin Terhalle und Soran Garic für die So-Optimisten Lea Papenburg. Wir gratulieren allen Beteiligten zu diesem wichtigen Beitrag und sagen Ciao, Tschüss, euer JutzTV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.